So, willkommen zurück zu Terminator Resistanz. Und wir wechseln jetzt mal auf Plasma Waffe. Blöde gepanzertes Spinnen. Verdammt, ein Schuss noch. So, die kleinen, da brauchen wir nur unser normales Stromgewehr. Das sollte reichen. Na komm her. Einzacken. Den Container hätten wir entschießen sollen. Na. Einzacken. Komm einfach mit der Pistole drauf. Kann ich die Pistole sonst nie nutze. Ist sowas dann doch ideal für die Pistole? So, wir sind gerade vor Collins Versteck. Wir sind ziemlich in der Nähe. Schauen wir mal, was wir da finden. Laserfalle. Mit einer Sprengstofffertigkeitsstufe kannst du... ...ausgelegte Laserfallen entschärfen. Okay. Sieht so aus. Sieht so aus. Colin hat dieses Ort mit Träppen. Hm. Ich muss vorsichtig sein. Leider nicht. Deshalb versuchen wir mal in Ruhe lang. Fertigkeitsstufe 1 haben wir nicht. So. Dann klettern wir hier drüber. So. Irgendwas Skynet mäßiges sehe ich hier noch nicht. So. Sprengstoff. Ähm. Werkbank nutzt mir nichts. Chemische Verbindung. Was suchen wir hier eigentlich? War das hier Schmerzmittel und Adrenalin? Oder war das nur ein Hinweis, dass ich mir so... Stimms bauen soll. Südstaatengastfreundlichkeit. Wenn du da hier fließt, dann musst du... ...und so weiter und so fort. Interminationsmesser. Apothekenschlüssel. Sehr gut. Speichern nicht möglich. Warum nicht? Jetzt doch. So, danke. Der Rucksack ist voll, verdammt. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Rucksack voll. Scheiß Dreck. Ist hier noch viel drin. Verdammt, verdammt. Ähm. Ich muss nochmal zurück ins Lager was verkaufen. Gerade die Waffen... Die brauchen wir ja nicht wirklich, die wir eingesammelt haben. Ähm. Wo sind wir gestattet? Ich glaube hier oben. Komm. Komm, lauf, lauf, lauf. Ne. Okay. Das war's schon mal nicht. Dann müssen wir hier irgendwo gestattet sein. Im Moment an das Ding erinnere ich mich. Nein. Wer da. Ja. Hoffentlich kann ich die anderen Missionen weitermachen. Jetzt nicht verlassen und kümmere dich zuerst um dein Hauptziel. Ach verdammt. Okay, dann lasse ich so eine beschissene Knache liegen. Inventar. Inventar. 75. 75. Let's see. Oh, sie ist eigentlich ein Arsch. Und wir... Lassen das Ding fallen. So. So ein Scheiß aber auch. Dann einmal hier rum. Na gut, dann müssen wir zumindest, wenn wir eine Mission begonnen haben, dass wir dann wirklich nicht mehr aus dem Zielbereich rauskommen, solange wie die Hauptmission nicht abgeschlossen ist. So runter. Und zack. Uh, das war knapp. So. Öffnen. Alles nehmen. runter mit uns. So. Runter mit uns. So. Das, das, das. Collins Versteck nochmal. Hauptziel ist gelb. Dann wollen wir erst mal da hin. Dann wollen wir erst mal da hin. Wo, 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 wo. Äh. Gut. Scharfschützen noch. Flintern. Auf. Moment. Ich höre. Ich höre. Wir haben was. Steve. Typ muss umlaufen. Schiss mich auf mich. Dummes Ding. Entschuldigung. Ich entscheide mich auf deinen Bethlehem. Schwung es hilft mich auf keinen Druck. Ich finde es weg. Tschüss. Na komm, jetzt weg, und du bist weg, so, hier ist jetzt erst mal Ruhe. Einzacken, einzacken, und hier müsste noch ein dritter sein, gut, 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 ich gehe hier einen komplett anderen Weg jetzt gerade, verdammt. Laufen wir mal ein bisschen schneller, da hinten ist eine Spinne, gepanzert. Einzacken. Einzacken, da oben sollen wir hin. Hier sind wieder so ein paar Türme. Ähm. Verdammt. Komm, platt, schneller, Mann. So. Hammer. Weg damit. Nichts. Nichts, die Plasma-Waffe kann ich eh nicht rausnehmen. So. Hier ist aktuell nichts. Terminatoren. So. Oh Gott bin ich dämlich. So. Alles nehmen. Okay. Die laufen da hinten an den... ein bisschen weg. So. 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 so eventuell ist der eine jetzt geschichte ach schade von hier hätte ich den anderen angreifen sollen verdammt da hätte ich mal speichern können und bitte liebe das spiel ich hoffe du hast irgendwo nochmal gespeichert wir sind hier im moment oh ok das sieht ja dann doch ganz ok aus eventuell sind jetzt gerade beide drauf gegangen nein verdammt sind sie nicht ok schwer beschädigt das reicht mir einsacken einsacken öffnen einsacken plasmabehälter da oben muss hier noch irgendwas sein da hätten wir das plasmagewehr nicht schießen verdammt ich bin dämlich kurz mal hier reingeguckt hier können wir speichern das ist schon mal schön da sammeln wir vorher natürlich alles was wir finden okay hier ist echt nicht viel hier ist echt nicht viel dann die dann die dann die sind raus dann nochmal nach oben Dann speichern wir hier Schwupps, ach da ist es. Dann noch was. Ich bin Roboter. Was soll ein guter Zeit? Ja, ich weiß es nicht. Gut, dann müssen wir jetzt hier rüber. Denn müssen wir hier runter. Gucken wir mal nach oben. Jawohl. So. Guti, guti. Kanonen sind echt krass hier. Beenden wir mal die Folge. Tschüss, ciao, bye, bye. Also, tschüss, ciao, bye, bye. Tschüss.